Warum sind die Niners Chemnitz die Crunch-Time-Könige der Liga? Weil Rodrigo Pastore gegen den Strom schwimmt mit Big-Ball-Lineups. Gegen Gießen stehen neben einem Combo-Guard vier Forwards auf dem Parkett zwischen 2,03 Meter und 2,06 Meter. Vor allem so switcht Chemnitz sehr viel. Nicht nur im Pick'n'Roll, auch danach per Scram-Switch. Die Taktik sah man in der vergangenen Saison schon bei Andrea Trinkieri und in Bayern. Apropos groß, Center Jonas Richter wurde schon mal direkt auf den gegnerischen Ballhändler gesetzt. Offensiv wichtig, Darian Atkins mit seinem schnellen Abrollen. Die ganze Analyse zu Chemnitz und deren Crunch-Time-Stärke gibt's auf basketball.de. Die Gäste Spiegel durchzugeben. Die Gäste Spiegel durchgangspolitisch rüber elementű responsabel. Die Gäste Spiegel durchgefwwww wird eine Gäste Zumڈöhe überlegen. entered in die Taktik-Moment